Ja und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Re-Battle. Wie ihr sehen könnt, Super Smash Bros. Wii U. Ich bin Ramon und mit dabei ist mein Kollege der Daniel. Ja, hi. Und wir fangen an mit einem klassischen One-on-One, so wie wir es bei Brawl gemacht haben. Wie ihr sehen könnt, alle Charakters sind freigeschaltet und alle Stages ebenfalls. Wir werden 5 Matches a 3 Minuten machen und mit den Standard-Einstellungen personalisieren ist aus. Ja. So und natürlich die normalen Stages, nicht die Omega Stages. So. Ja, wie ihr sehen könnt, mein Main ist inzwischen Little Mac geworden. Ja, ich glaube mein erster weiß noch nicht, ob es Link ist oder Kirby. Bam. Ja, die Welt ist natürlich ein bisschen unvorteilhaft für mich. Vor allem, wenn wir jetzt gleich in die Luft gehen. Weil Little Mac auf dem Boden einfach total stark ist, aber in der Luft so schwach. Bam. Oh. Stimmt. What? Ha. Verdammt. Zum Haar am Rand. Ja, ich habe Glück, ich habe die Hasenohne. Okay, ich dachte schon. Nein. Ausgleich noch mal schön. Nein. Das kommt ja wieder mit seiner Bombe. Ja, Konter. Da komm schon. Nein. Nein. Nein, verdammt. Ah. Schitte, das wäre mein K.O. Move gewesen. Hier, hier. Geh mir das. So. Willkommen zu Skyward 2. Da bin ich ja froh, dass jetzt der Boden wieder da ist. Ich nehme mir den Hammer. Ja. Und jetzt komme ich natürlich nicht da hoch. Das ist natürlich ganz vorteilhaft. Wenn jetzt der Boden weggeht. Nein. Bam. Sowieso nichts, weil ich das gleich eh weg schlägst. Oh, muä. Dann nehme ich das hier. Und ich nehme das hier. Shit. 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 Geh raus aus dem Map. Nein. Geh weg. Geh weg. Ey, das gibt es nicht. Bam. Komm. Yeah. Nope. Borgigamec ist sau stark, aber er kriegt trotzdem. Nein, der kann keine Items aufsammeln. Nein. Ja, schweigen ab. Oh, verdammt. Das gibt es nicht. Nein. Ich würde sagen, es ist runtergefallen. Oh, schweigen ab. Ah, Neuwelt. Ah, ich habe es wieder begonnen. Drecksack. Vernammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Nein. Du Sack. Und wie ihr es gerade sehen konntet, ist der Smash von Little Mac stärker als die Smashes von den anderen. Oh, ist es schon bereit. Nein. Nein. Ja, ich konnte noch überleben. Aber wer hat es gewonnen? Ja, du, ich habe sie nicht einmal gekillt. Echt? Nee. Ich habe, glaube ich, auch nur einmal, oder? Oder? Oh, zweimal. Ja, vierste Mal. Okay, wann ist das zweite Mal? Ach, ich war zu nah an der Seite, der blöde. Ach so. Okay, ganz am Anfang, ne? Ja. Ah, ja. Okay, okay, okay. Ich habe total vergessen, dass Items ja jetzt den eigenen Charakter nicht mehr hitten. Ja, aber nur manche. Also zum Beispiel die Xbox immer noch, komischerweise. Ah, komm schon. Nein. Bam, Konter. Genau, und wir werden auch mal gucken, dass wir, wenn wir vier Spieler mal wieder zusammen kriegen, dass wir dann auch die Smash-Tour mal, denke ich, mal machen als Battle. Jupp. Obwohl viele sagen, dass irgendwie das nicht so toll ist, finden wir das eigentlich ziemlich cool, die Smash-Tour. Vor allem mit den ganzen Stats. Oh, Schrein gehabt. Nein. Komm her. Direkt mal mit, komm. Ich habe den weggenommen. So. Nein. Oh, das gibt's nicht. Nein. Bitte, bitte. Nein, verdammt. Ich wollte schnell die Ebene wechseln. Nein. Ja, wie ihr sehen könnt. Little Meg in der Luft. Absolute Katastrophe. Und ich bin an der Leiter. Nein. Yeah. Okay. Hat ich dich noch getroffen? Ach, der Boris so mies. Ja, aber wenn er trifft, dann nimmt er dich direkt komplett mit. Oh, wir haben uns beide getroffen. Sieht so aus. Äh, das wäre tatsächlich gerade zum ersten Mal. Ja, ich... Äh, lass den auch mal da. Das gibt's doch nicht. Nein, nein, nein. Das gibt's doch nicht. Oh, der hat ja auch noch geschaltet. Ah, dann hat er auch noch... Wow. Okay. Der Apas-Cut ist anscheinend gleich. Und ich hab die Bombe genutzt. Danke. Nein. Höh. Was auch immer das gerade abgeblockt hat, das Schwert. Nein, das war ein Fehler. Ah, danach kann ich nämlich nichts mehr machen. Nach dem Move. Die Leiter stört irgendwie ein bisschen. Ja. Vor allem, wenn man das spawnt. Ach, komm schon. Nein, nein, nein. Ah, das gibt's doch nicht. Nein, da fliege ich. Ja, gut, war klar. Jetzt kommt's, wenn jetzt dieser eine Selbstmode in Shuttle das entschieden hat. Jupp. Haben wir uns anders gemacht, oder? Ne, 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 guck. Ein K.O. hättest du mehr gehabt, so oder so. Okay, das wär's nämlich noch gewesen. So, jetzt sind wir beim dritten, dritten? Dritter Fight, ja. Gut, dritter Fight. Oh nein, nicht nur auf, ja. So, die Vodular von der Seite kommt, ne? Ja, und auch inzwischen irgendwie mal so eine Fontäne in der Mitte. Aber mich stört halt in erster Linie, dass hier einfach zu wenig Fläche ist, damit ich auf den Boden angreifen kann. Nein, ich will diesen Scheiß doch nicht. Boah, du Sack. Nein. Oh, das kann ich so. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt. Nein. K.O. Nein, 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 nein. Mein K.O. war doch nicht da. Äh. Äh. Ach, das gibt's doch nicht. Höh. Hat die Lava nicht getroffen, oder ich? Ja, die Lava hat mich einmal getroffen. Oh, fuck. Nein. Huh. Stimmt, das gab's bei der Map auch. Na, komm schon. Nein. Ist die jetzt weg? Komplett? Ja. Na. Ach, das gibt's ja nicht. Nein. Dieses Scheiß-Horn-Ding, dessen Namen ich nicht kenne. Verdammt. Das ist, glaube ich, fünfte Gen. Fünfte Gen habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt mit. Da kam's von unten. Voll gemein. Nein. Nein. Ewige Yacht nach dem Smashball. Ja, das Film ist, das ruiniert alle Taktiken, alles, was man gelernt hat, weil man einfach die Scheiße haben will. Ja, super. Der kleine Move-Fetch. Ach, Schitte. Der K.O. Boah. Na. Komm. Hä? Äh. Wo ist das Item hingeflogen? Welches? Das da. Na. Schon wieder dasselbe Problem. Den hatten wir am Freitag schon die ganze Zeit. Verdammt. Irgendwie kann man das auch drehen. Ja, aber inzwischen, äh, ah, verdammt. Okay. Wow. Ich wusste nicht, dass der Pfeil inzwischen so stark ist, dass der einen direkt wegkickt bei Thunder. Damit hat nicht deine Freundin die ganze Zeit weggehauen von deinem Map. Verdammt, ich hänge jetzt einen zurück, ne? Hänge ich. Ja. Okay. Ja, 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 schwächste Mitglied, genau. Deswegen hast du auch komischerweise Rob besiegen können, den wir nicht besiegen konnten. Ja, aber da waren wir auch teilweise die ganze Zeit auf Random Fighter, die wir gar nicht kannten, also vom Moveset teilweise nicht kannten. Ah. Ah. Ach, hier ist doch die gleiche mit den. Das Problem ist, dass das alles unvorteilhaft für Little Mac, diese Stages. Äh. Boah. Och, Mann. Diese Dings. Wirklich kacke hier, die. Leitern. So. Mal einen Konter. Hier. Ach, stimmt. Was war Mr. Saturn? Hatte irgendwas Spezielles? Ich weiß nicht, was. Ich weiß auch nicht. Irgendwas mit dem Schild. Oh, diese scheiß Leiter. Bam. Ja, wenn ich mal treffe, dann wenigstens stark. Ach, das gibt's ja nicht. Ne, da kann man nicht durch. Nur da, wo die Leitern sind. Doch, man kann durch die alle, aber nicht durch die obere Plattform. Ich wollte hoch angreifen. Oh. Steck. Oh, mir ist... Oh, das war's. Oh, Mann. Ja, ich muss... Oh, das war's. Oh, das war's. Ja. Oh, das war's. aufgefallen im gegensatz zur wall version ist hier rechts nicht so eine große plattform wo auf der man stehen kann ach die map ist auch bei brawl jaja die wurde in ball glaube ich eingeführt und da ist rechts eine viel größere plattform ok immer aufpassen wenn die alte musik kommt ja ich wusste gar nicht was getroffen hat sie kann ja auch nicht runter ok anscheinend so ein bisschen treffen ich glaube es ist wieder so weit wo das war zufall die wieder hoch nein boah du hast gewonnen ja ein kill mehr ok das heißt jetzt sagen jetzt ist son das wirklich wenn man besser freut machen 22 steht ne 2 kills das sogar mehr wurde der eine kill nicht gezählt nee ich glaube der kill wo du von dem ding getroffen wurde weil ich als letzt berührt habe zählt als kill von mir eventuell könnte ich mir zumindest vorstellen und was ist weg land und hat noch gar nicht oder doch hat man bestimmt hat man einmal ja okay okay verdammt hat mich da gerade was gebremst da kommt manchmal wasser aus den hydranten ach so ich dachte das werden die ratten gewesen ach das soll wasser sein ok bleib da bleib da habe ich gesagt boah boah weg weg so das war okay das wäre es jetzt gewesen das ist die wasserverteckende ist so gemein nein verdammt nein ich dachte ich hätte dachte ich hätte mein ko noch gehabt das ist ein bisschen irritierend ein bisschen sehr okay da können wir anscheinend nicht durch richten geht's jetzt geht's ja aber anscheinend auch komplett ich vergesse immer dass du dein move bei behält ich dachte man kann sich daran hängen super so ein sack erwacht es auch noch war hat dieser zweiter angriff ja nein der spawndt genau am Rand ach so du hast stimmt du musst noch einen mal Nein, 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 nein. 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 Oh, schnell, schnell, schnell. So, ich glaube, das war nämlich jetzt, um wieder gleich zu sein. Oh, komm schon, komm schon. Boah, das ist ja mein Ausgewesen, aber, Moment. Oh Mann, du hattest, ne, du hast gar nicht mehr gehabt. Ach, wegen einer, weil du einmal runtergefallen bist, glaube ich, oder? Ich glaube schon, ja. Oder? Ja. Ja. Oh, das war richtig knapp, ey. Wobei das als mein Kill gezählt hat. Okay, ich glaube, Link ist definitiv mein erster Main, weil mit Kirby habe ich gegen deinen, also, oder Kirby ist trotzdem mein Main, aber gegen Mech bin ich nicht gut. Ja, ich glaube, gegen Mech ist halt wirklich, weil ich die ganze Zeit auf dem Boden bleibe und Kirby eher so der Flieger ist. Ja. Na gut, Leute, das war es dann für das erste Rebattle in diesem Spiel und wir sehen uns dann beim nächsten Rebattle hier ungefähr an dieser Stelle wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.